Geld im Internet verdienen und das mit deiner Stimme. Darum soll es heute gehen in diesem Video. Hallo, mein Name ist Bastian Diaz. Auf dem Kanal hier geht es ums Geld verdienen und darum mit dem Geld möglichst sinnvolle Dinge anzufangen. Und wir schauen uns heute mal an, wie ihr mit eurer Stimme auf verschiedene Art und Weise im Internet wirklich gutes Geld verdienen könnt. Und ich würde sagen, gar nicht lang schnacken. Wir fangen auch direkt an. Gerne den Kanal abonnieren und das Video hier auch schon mal liken, wenn es euch dann auch gefällt. Und übrigens danke jetzt für über 300 Abonnenten. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit meine zwei Abonnenten ein Video hochgeladen, wo ich Danke dafür gesagt habe. Jetzt sind es schon weit über 300 und ich merke, die Videos gefallen euch. Das freut mich sehr. Und deswegen möchte ich euch weiterhin auch den bestmöglichen Content hier liefern. So, jetzt geht es aber auch wirklich schon los. Und wir schauen uns mal die erste Plattform an, auf der ihr mit eurer Stimme Geld verdienen könnt. Es ist jetzt nicht nur, dass ihr eben als Freelancer tätig sein könnt in diesem Bereich. Ich zeige euch auch noch andere Möglichkeiten, mit eurer Stimme schönes Geld verdienen zu können. So, die erste Plattform, auf die ihr euch jetzt aber eben als Dienstleister eben listen lassen könnt, ist Voices.com. Auf Voices.com, hier steht es eben auch, das ist der Hashtag Number One Marketplace for Voice-Over and Audio Production. Ihr könnt also hier hingehen und euch jetzt eben als Dienstleister listen lassen und eben als Professional Voice-Over, als professioneller Redner eben listen lassen. Was müsst ihr dann da eben tun? Da gibt es unterschiedliche Aufträge, die ihr abarbeiten könnt. Ihr kriegt zum Beispiel E-Books, die ihr dann eben vertonen müsst, vielleicht als Audiobook. Ihr kriegt verschiedene kleine Textschnipsel, die ihr eben dann vertonen müsst und, und, und. Wir können das Ganze hier mal anschauen. Wir haben hier auch nochmal so schon ein paar größere Kunden auch dabei, deswegen auch eine sehr seriöse Plattform, ist schon lange am Markt, ist sehr beliebt in dem Bereich. Wir gehen jetzt mal ganz nach unten drauf, und dann zeige ich euch direkt mal, wie ihr euch hier dann eben als Speaker, als Talent, wie sie es hier nennen, eben registrieren könnt. Und deswegen gehen wir nochmal unten auf How to Find Work. Und dann wird das im Prinzip, hier ist die Seite, wo ihr auf jeden Fall drauf gehen müsst, um euch mal einfach zu informieren, wie das Ganze so geht. Ihr habt hier sogar eben ein Video, wo ihr euch angucken könnt, was eben von euch erwartet wird und wie ihr hier arbeiten könnt. Und hier ist dann eben noch so ein Schritt-für-Schritt-Plan. Das heißt, wir erstellen hier im ersten Schritt mal das Profil und wir laden ein Sample hoch. Was bedeutet das? Wenn Kunden jetzt auf diese Plattform kommen, sagen wir mal, die möchten von euch, dass ihr irgendeinen Text halt einsprecht, weil sie diesen Text als Audio brauchen. Sei es als Intro für ein Video, für ein Podcast, sei es auch wirklich, dass eben ein E-Book vielleicht auch eben, oder Teile von einem E-Book veröffentlicht werden, sondern als Audiobook und so weiter. Dann möchten die Leute ja auch wissen, passt eure Stimme zum Projekt. Ihr kennt das ja vielleicht so aus dem Film oder aus dem Radio, generell von Werbung, die ihr irgendwo hört, wenn es so eine ganz, ganz typische Rednerstimme ist. Und die werden natürlich nicht umsonst ausgewählt. Das heißt, zu gewissen Projekten passen verschiedene Stimmen. Das heißt, und das Schöne ist ja, jeder von uns hat eine individuelle Stimme und mit guten Programmen kann man die Stimme natürlich immer noch weiter hervorheben und die Einzelheiten und die Besonderheiten jede einzelne Stimme hervorheben. Deswegen ist es einfach gut, weil es gibt, wie gesagt, zu jedem Projekt die passende Stimme. Das heißt, das ist eben dieses Sample. Ihr müsst jetzt hier hingehen und eure Samples hochladen. Das heißt, ihr müsst ja dem Kunden eine Geschmacksprobe sozusagen hochladen, davon, wie sich eure Stimme anhört, damit er sich ein Gefühl dafür machen kann, okay, passt diese Stimme jetzt zu meinem Projekt. Und dann, wenn er sagt, ja, passt, dann kann er euch buchen und ihr werdet dann eben dort den ersten Kunden haben. Deswegen ganz wichtig, dieses Samples hochladen, gebt euch da Mühe, aber wenn ihr schon mal auch vielleicht als Sprecher unterwegs seid, das wäre natürlich optimal, da habt ihr ja vielleicht schon mal Kundenprojekte gehabt und wenn ihr da eben die Rechte habt, dann könnt ihr auch gerne mal Abschnipsel von diesem Kundenprojekt eben hochladen als Sample und dann habt ihr eben schon hier direkt euren Proof of Concept, dass ihr eben gut reden könnt, hochgeladen. So, und dann seid ihr natürlich einfach registriert auf der Plattform, habt eure Samples hochgeladen. Schritt zwei wäre dann, dass sie eben die Jobs annehmen, der darauf reagiert und dann natürlich einfach in Schritt drei dafür auch dann wirklich engagiert werdet, dass ihr dürft dann die Jobs eben machen und dann müsst ihr natürlich die Arbeit einfach abliefern und das Schöne ist eben auch hier, ich habe das schon mal gesagt, eben die Plattform ist halt seriös, die ist schon lange am Markt, gerade in diesem Bereich Voice-Overs sehr bekannt und sehr beliebt. Ihr werdet hier garantiert bezahlt, ja, das ist, ihr müsst euch bei Voice.com gar keine Sorgen machen und über Paypal, auch hier steht es nochmal, ja, so, auch das ist immer wunderbar, das ist das, was wir haben möchten, über Paypal, ganz super und was ihr eben auch noch, ja, eine schöne Besonderheit ist, we even pay the Paypal fees for you, das heißt, ihr müsst nicht mal eben die Transaktionsgebühren am Paypal abgeben, also wunderbar, faire Vergütung, tolles System und wie gesagt, das wäre die erste Möglichkeit, wie ihr mit eurer Stimme Geld verdienen könnt. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Plattform und da geht es jetzt schon ein bisschen besonders und dies war ACX.com. Auf ACX.com könnt ihr euch auch als Voice-Over, als Speaker, also, ja, als Speaker ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber ihr will Voice-Over, jemand, der eben die Texte einsprechen kann und dann eben zu vertonen, darauf kann ich auch listen lassen als Dienstleister, aber ihr habt hier eben die Möglichkeit, ACX hat eigentlich die primäre Funktion eben auch, als Distributionsplattform zu gelten für Audiobooks, ja, und zwar, dass ihr eben, ihr könnt eure eigenen Audiobooks auf Audible, Amazon, iTunes hier eben veröffentlichen lassen, ja, das ist einfach eine Distribution, ihr ladet es an einem Ort hoch und diese Plattform pusht dann eben eure Audiobooks in Audible, Amazon und iTunes herein. Das sind natürlich die drei größten, relevantesten Plattformen im Bereich Audiobooks, das heißt, wenn ihr eins besitzt, dann klar ist das, sind diese drei Plattformen für euch super relevant und super interessant, ihr müsst da auf jeden Fall präsent sein. Jetzt ist eben das, was ich sagte, ihr könnt natürlich als Dienstleister unterwegs und mit eurer Stimme Geld verdienen. Die meisten Freelancer, die ich da in dem Bereich kenne, die machen das eben auch genau so, die sind ja auf verschiedenen Plattformen, wo es Sinn macht, eben unterwegs, als Voice-Overs-Spezialist und können eben einerseits ihre Dienstleistung anbieten. So, ich würde aber immer auch gucken, weil das ist ja eine aktive Einnahmequelle, ich würde immer davon ausgehen, dass ich sage, okay, das ist meine aktive Einnahmequelle, aber ich möchte auch passive Einnahmequellen aufbauen. Und wie könnt ihr das machen? Ja gut, indem ihr halt vielleicht zum Beispiel sagt, ich habe ein E-Book, das ich schreibe, aber ich kann es eben auch noch zusätzlich nochmal als Audiobook veröffentlichen. Es gibt noch viele verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt im Prinzip auch Geschichten erzählen, es gibt YouTube-Kanäle, die einfach nur darüber handeln, dass im Prinzip Geschichten erzählt werden, Gruselgeschichten und sonst irgendwelche Geschichten. Da müsst ihr euch auch gar nicht zeigen, die leben einfach nur davon, dass sie spannend erzählt werden und dass einfach eine gute Erzählerstimme da ist. Aber das ist mal am Rande. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte ein passives Einkommen auch aufbauen und ich habe eben eine gute Stimme, dann würde ich euch immer raten, E-Books zu veröffentlichen, die müssen ja nicht besonders groß sein. und diese E-Books auf jeden Fall zu nehmen, als Audiobook einzusprechen und dann habt ihr da immer schon eine gute Möglichkeit. Und natürlich könnt ihr auch natürlich Sachen vielleicht bei jedem Podcast starten, wenn ihr in Richtung Content geht und so weiter, überall, wo eure Stimme einfach sehr gut zur Geltung kommt, da habt ihr Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das heißt, auf ACX könnt ihr einmal eure E-Books eben als Audiobook einreichen, eure Audiobooks einreichen. Ihr müsst ja auch das E-Book, ihr müsst ja nicht als E-Book machen, ihr könnt ja direkt ein Audiobook veröffentlichen, aber das würde ich immer empfehlen, auch ein E-Book zu schreiben erstmal und dann ein Audiobook draus zu machen, weil es eben, ja, dann habt ihr einfach zwei Produkte, das ist immer besser, zwei passive Einnahmequellen. Das heißt also hier einmal diese Produkte hochladen und ihr könnt euch, wie gesagt, eben auch nochmal als Voice-Over-Specialist hier eben melden und dann eben auch genauso wie auf Voices.com eben euer Geld immer mit verdienen. Dann natürlich, das darf nicht fehlen, wie immer auch mal kurz Fiverr, einfach nochmal gezeigt, dass es eben auch ein größerer Markt ist. Ja, wir haben jetzt hier mal Voice-Over eingegeben und ich habe hier das sogar schon auf Deutsch gefiltert, wie ihr sehen könnt. Genau, hier sehen wir es. Und jetzt sehen wir eben hier schon auch 661 verfügbare Dienstleistungen. Das heißt, Voice-Overs sind wirklich eine gefragte Dienstleistung und das könnt ihr euch zunutze machen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eben auf ihn draufgehen, er sagt hier, I will record a professional German Voice-Over in my Studio und wenn ihr jetzt mal da draufgeht und das seht ihr hier 25 Wörter für 9,25 Euro, wir können jetzt ja mal sagen, okay, wir wollen nämlich so 300 Wörter oder sowas machen, so ein ganz kleiner Text im Prinzip, nur wenn schon 110 Wörter und jetzt überlegt euch halt mal, ihr möchtet halt irgendwelche ganzen Audiobooks im Prinzip übersetzen lassen. Ihr seht schon, was da für Summen teilweise zustande kommen können. Das heißt, ihr könnt wirklich als jemand, der Voice-Overs gut kann, wirklich sehr, sehr gutes Geld oder als Dienstleister verdienen und wenn ihr dann passiv auch noch anfangt, eben passive Einnahmequellen zu erschließen und die zusätzlich aufzubauen, dann könnt ihr wirklich, wirklich richtig gutes Geld verdienen in eurer Stimme und noch eine letzte Plattform, die ich euch in dem Bereich zeigen möchte, mal.de, ist eine deutsche Freelancer-Plattform, da geht es immer nach Tagessätzen, die die Freelancer eben hier ansetzen und hier seht ihr zum Beispiel bei Voice-Over, da seht ihr jetzt schon mal die Tagessätze, die da angesetzt werden, ja, 500 Euro, 248, 400, 850 Euro, 600 Euro und, 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 also das sind schon wirklich, wirklich satte Tagessätze, die ihr euch da als Voice-Over-Specialist eben verdienen könnt und das ist halt auch eine Inspiration für euch sein, selbst wenn ihr noch gar nichts mit dem Thema zu tun habt, vielleicht habt ihr ja schon mal irgendwie gehört, dass jemand sagt, hey, du hast eigentlich eine ganz angenehme Stimme oder vielleicht habt ihr schon Content, YouTube, Podcast, wie auch immer und genau das habt ihr schon mal irgendwie gehört, dass eure Stimme angenehm ist und dass man gut zuhören kann und ihr wisst vielleicht auch ein bisschen, okay, ich kann mit verschiedenen Audio-Programmen eben noch ein bisschen was rausholen aus dem Ganzen, dann lest euch vielleicht mal in die Welt ein, weil das kann wirklich nicht nur aktiv, sondern auch passiv, aber auch wirklich aktiv, wie ihr es eben hier seht, eine super Einnahmequelle sein, Geld verdienen mit der eigenen Stimme, lasst euch mal inspirieren von dem Video hier und schaut euch die Welt voran, vielleicht ist es ja was für euch, vielleicht könnt ihr damit demnächst sehr gutes Geld im Internet verdienen. So, wer mehr wissen möchte, wie man 1215 nur durchs Zuhören verdienen kann, der schaut bei der Videobeschreibung rein, da habe ich euch das Video entsprechend verlinkt, gerne Daumen nach oben, wenn das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, um nichts mehr weiter zu verpassen, auch die Glocke aktivieren, das sagt man ja auch immer so gerne, da wisst ihr eben immer genau, wenn ein neues Video von mir kommt, dann könnt ihr die besten neuen Einnahmequellen im Internet eben kennenlernen, die ich euch vorstelle und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos.